So, GermanRC Speed Challenge. Willkommen bei der SilverRC. Wie ihr seht, seht ihr meinen Logger. Mein Kameramann AB Racing hat das alles mal wieder super im Griff. Du kannst jetzt ein bisschen vom Logger wieder runtergehen, damit ich die Karo draufsetzen kann. Wir haben diesmal die weiße Karo. Ja, genau. Nachdem wir letztes Mal Batman hatten und das Auto schwarz wurde, haben wir jetzt mal Captain America gemacht. Ob das was bringt? Mal schauen. Bombenwetter haben wir da hinten. Parkt jetzt gerade ein Auto. Ist nicht so toll. Ja, bis ich Karo drauf fahre. Egal, mach weiter. Passt schon. Ja, ja. Bombenwetter. Ja, 6, 27 Grad. Optimal. Schön Sonnenschein, wenig Wind. Wir fahren diesmal mit einer anderen Funke. Die Sunwa MT4 hat ja nicht ganz so viel empfangen wie die Absima, wie man ja bei AB Racing gesehen hat. Ist das ein Sound, oder? Hört sich schlimmer an wie mein Rasenmäher, ey. Mein Rasenmäher ist ganz ruhig. Der hat ja auch keinen Ten Shop drin, oder? Sicher? Schön 1 zu 5 Ten Shop da rein in das Ding. Das ist ja zwei Minuten fertig mit dem Garten. So lang? Okay, ja klar. Komm, hau rein, rocken wir das Ding hier. Locker Gefecht? Ja, ja. Ach so, heute ist der 28. Juni. Speed Challenge, ne? Speed Challenge. Kommt ein Auto? Auto kommt. Müssen wir eben das Auto warten. Fahr da drunter her. Das ist eine A-Klasse, das geht nicht. Stimmt. Der geht sonst kaputt. Lass langsam gehen. Ich hoffe, das war Absicht. Zwei. Okay, dann hau ihn mal richtig ins Gesicht dem Kollegen. Alles frei. So, willkommen bei der Silvana Sea. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Und zwar hebe ich mal das Auto eben an. Film mal bitte da auf das Ritzel. Am besten von dieser Seite. Warte mal, ich drehe da das Auto rum. Das dreht da nicht. Ja, meine Slipperkupplung hat sich verabschiedet. Das ist mir so auch noch nicht passiert. Das heißt, nochmal wieder schrauben. Geschwindigkeit war nebenbei 101. Bei so etwa 25 bis 30 Prozent Gas. Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Ich sag doch, das schaut gut aus. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.